Und dafür gehen wir auf einen Browser, den ich sonst eigentlich nicht benutze, für so YouTube und so. Und zwar Mozilla Firefox. Schreibt mal Portugal. Das wird mir jetzt, glaube ich, nicht mehr passieren. Guckt, Schatz! Euer Junge hat sich geändert. Euer Junge hat sich geändert. Egal, was man hier eingibt, es kommt nicht. Es kommt nicht, Schatz. Egal, was man eingibt. Egal, was man eingibt. Es kommt nicht, ich bin sauber geworden. Ich bin sauber geworden. Schreibt auf Handy. Ja, Digga, auf... Auf Handy? Digga, ich glaube, auf Handy bin ich auch sauber. Ja, okay, auf Handy, okay. So. Ich musste kurz einem Jungen antworten. Okay. Das ist das Letzte, was ich gegoogelt habe. Komplett ernst, okay, Chad? Komplett ernst. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich eine Nachricht bekomme oder so im Hintergrund. Okay, was soll ich eingeben? Der löscht alles. Ich lösche nichts. Er hat alles gelöscht. Ich habe nichts gelöscht. Chillt. Portugal. Hessischer RÖSEN Nein, 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 Scheiß drauf. Scheiß drauf, Chad. Scheiß drauf. Scheiß auf Handy. Scheiß auf Handy. Scheiß auf Handy. Scheiß auf Handy. Ich habe vergessen, dass ich schon mal auf Firefox war. Scheiß auf Wendy, scheiß auf Wendy. Ich könnte jetzt theoretisch auf mein Instagram gehen. Oh, oh, wow.